So, und da sind wir wieder mit Metro Last Light. Und wir machen unser Light aber wieder aus. Und gehen hier durch diese Tür. So, ich bin schon wieder so ruhig. Tut mir leid, Leute. Okay, wir konnten sie rausdrehen, ohne entdeckt zu werden. Und er kommt wieder zurück. Komm nur her. Komm nur her, mein Freund. Ich freue mich schon auf dich. Ich freue mich schon auf dich. Ich freue mich schon auf dich. Hey! So, Hound Nummer 3. Perfekt. Alle erledigt. Jetzt können wir mal schauen, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ist sie verschlossen? Ist sie verschlossen? So. Alles Gute. Haben wir nix der Patrone gebraucht. Da geht's nicht durch. Da geht's auch nicht weiter. Geplündert habe ich sie alle. Bis auf die Waffen. Aber wo muss ich jetzt hin? Da komm ich her. Da geht's aber nirgends rein. Naja. Hm. Wollt ich irgendwas übersehen? Da ist abgesperrt. Genau, da war die Wache vor der Tür. Da kam ich her. Ah, mein Gott. Sag da doch einer. Genau. Da geht's nach oben. Nur komm ich da nicht hoch. Ah, von da kam ich rein. Die fackelt's immer gar nicht ab, die Spinnnetze. Das ist wieder hier. Oh, das ist wieder hier. Oh, das ist wieder hier. Wow! Wow! Okay. O kas balc ni rum? Okay. Die Musik hat sich beruhigt. Ich glaube, das war es erst mal. Braucht keine Verre... Oh. Okay. Hätte wahrscheinlich nicht sein müssen. So, jetzt sammeln wir erst mal die Muni ein. Von allen. Schauen wir noch mal hier rum. Kugellager. Na, hätte man den Rest der Lichter ausschalten können. Okay. Schau mal, habe ich den auch schon reingesammelt. Sieht gut aus. Ich denke mal, ich habe nichts übersehen. Der da hinten war, war noch eine Leiche von vorher. Und jetzt laden wir mal die Taschenlampe gleich auf, wenn wir schon mal Ruhe haben. So. Alle Waffen nachgeladen. Ja. Dann rein da. Oh. Oh. Ach du Schande Der steht natürlich auch voll im Licht Standard 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 Komm dreh dich wieder um Lass deine Lampe aus Hey warte So Das ist gar kein Schaltpult Verdammt Blei in der Schnalle Könnte sein Ist ein robuster Gürtel Und ich habe dieses Bleirohr Hmm Kann man da unbemerkt Die stehen immer noch voll im Licht Gehen wir mal da rauf Hoppala Nicht zu weit gehen Und nicht runter fallen Und nicht runter fallen Hat sich die jetzt selber raus gedreht Hat sich die jetzt selber raus gedreht Okay und jetzt Ok Temperatur des Werbes Ah Standard Synthese-Gastdruck Die Schicht ist fast zu Ende Okay, wir gehen jetzt mal Wundert mich hier, dass die Jungs das nicht hören Ja, du pfeifst schrecklich Oh Standard Na, da brauche ich nicht durchgehen Wie, einen Moment Okay, die gehen da nicht weg Die bleiben da stur stehen Da brauche ich mich aber auch nicht rauswagen Das ist jetzt ein Fehler Was zum Teufel Wer fließt Na Jetzt seid ihr euch da sicher Ha Tja So Ja, ich lege hier einen kleinen Break an Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis gleich, euer Meraso Ja, ich lege das mal Ja, ich lege das mal